Ja, dann viel Spass, viel Glück. Viel Spass, viel Spannung. Es wird, glaube ich, eine enge Geschichte zwischen uns. Dann brauchen wir Deins. Halte mich daraus, ich fasse voll weg. Oh, jetzt sagt er mir aber viel zu viel Sprit mit. Ich habe ja sechs Liter zu viel fast. Ich habe gesagt, 30. Also neun Runden. Hatte ich zwar auch geschätzt, aber ich weiß wie scheiße das ist, wenn man zu wenig Sprit mit hat oder noch mal eine Box muss. Ich glaube, der Eusser fährt sehr wenig Flügel. Der war sauschnell auf der Kran eben. Ich bin in Sektor 2, Sektor 2 ist yellow, Sektor 1 ist green. Der Corvette ist immer scheiße mit dem Start, oder? Ja, das war ja. Sektor 2 ist green. Den letzten Körb, Sektor 3 kannst du viel mehr überfahren. Sektor 3? Den letzten Körb in der Schnellschung kann, dann kannst du komplett überfahren. Okay. Also den links, nicht den außen bei den Kranzen. Ich bin in der Schnellschung. Ich bin in den Schnellschung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 We're halfway over, you look tight, you might make it to the end. Wir sind in der Nähe von Sektor 2, wir sind in der Nähe von Sektor 2, wir sind in der Nähe von Sektor 2. Wir sind in der Nähe von Sektor 2, wir haben einen mitteilig den Alltag. Rechtsflasen Oh, ich hab wohl nicht mehr rausgefahren Nee, das lohnt nicht mehr Das ist immer anders Okay Ja, ich hab mal rausgefahren Ja, wenn hier nicht noch ein paar Leute kommen Dann gehts raus Das war bestimmt 15 noch Ach was 3, 4, 8 9 sind drauf 15 dann wär voll Gewiss Ich hab ihn zweimal durch von Starten gemacht hier Okay Hat schon Übungen da drin Keine Kupplung ging Keine Kupplung ging nicht Was ab zu bringen Im Windschatten Wie lange geht euer Rennen? 4 Minuten Ja, dann schafft er ja sogar noch Ebola Ja, ich muss aber zur Arbeit Ja Ja Du hast zwar VW soll wahr Du würdest gerade keinen zeigen Ja Ich schreib dir gut die Zelle Ja Wir schreiben dir auch eine Entschuldigung Du brauchst auch nicht mehr demonstrieren Du brauchst auch nicht mehr demonstrieren Waren So noch Genau, sagst einfach Du hast vergessen, dass die Demos schon durch sind Du wolltest die 8,5% jetzt genießen 8,5% Habe ich gehört 8,5% Jo Oh, du bist da nur da hinten, ne Wie Traktionskontrolle, oder was? Ja Ja Der war gut Ich fahr auf Null Eure Tarifhandlung Oh, Landbracht ist ja jetzt vorbei, ne? Ja, ich hab die Wetter gemacht, ja Aber wenn du 8,5% kriegst, ne? Dann hast du ja nur 4,25% für dich Du bist ja verheiratet Tommy, du gibst mir jetzt Rätsel Ich kann jetzt kein Kopfrechen machen, ich fahr Rennen Also, hast du dann Lamport fährt ein Bentley Ja, der ist rechten Geschränke, nur auf der Lampenladen hat gefahren Ja Äh, Kai Und der Euser fährt ein DTM Er hat sie, das ist 2020 anscheinend, ne? Meistens flächig Ja, ich seh grad hier, er fährt DTM Oh Ja, ich bin Sektor 2 Ja, ich bin Sektor 2 Ja, ich bin Sektor 2 DTM Die grabs Kuink Morton Ja, ich bin Sektor 2 Langbracht ist abgeflogen bestimmt gefahren das würde das bestätigen was der Matt gesagt hat, dass der 2020er Mercedes schneller ist das ist Ja, das ist natürlich übel, einfach so abzufliegen. Ja, er stand unter Druck. Ja, klar. Er hat uns ein bisschen eingebremst. Ah, Null-Inzidenz, das ist schon mal ganz gut. Game over. Ich habe nur drei. Also Corvette war schneller als Mercedes-Benz. Ich sehe das von äußern, auf jeden Fall. Nur der Bentley hat ein bisschen Druck gemacht, auch einen langen Geraden. Aber ich konnte den gut in Schach halten, sage ich mal so. Vielen Dank.